Das hätte eigentlich gerade locker klappen müssen. Ich wollte eigentlich in den Reihen boosten. Wow, ich kann sogar hier boosten. Na komm. Kann ich hier unten eigentlich? Äh, hier. Ja, okay, Homing Attack kann ich, alles klar. Ach, und wenn ich booste, dann steige ich sogar die Oberfläche. Das ist sehr gut. Wow, das hat funktioniert. Hübe und ich würde eschauen, B업! Z blätter ich? Ich würde eschauen, ob es schon mal dann losgeist, wenn es so gut ist. Also gut, dass ich mit dem E-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-A-S-A-Trenfielen einfach mal etwasem. Finde ich nicht gut. Vor allem dauert das hier schon viel zu lange für eine Sonic-Stage. So, komm. Wasser steigt wenigstens nicht mehr, aber das ist gut. Boosten geht hier nicht. Okay. Na, wie ist denn es auch? So, komm. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Ich bin wieder mit dir. Wunderbar! Okay, sie reagiert nicht darauf, dass Sonic plötzlich anders aussieht. Warte. Hier kann ich was machen. Oh, da kriege ich Knuckles. Moment, Fähigkeitenanpassung. Was kann ich hier machen? Was ist hier... Ah, hier kann ich noch Sachen ausrüsten. Ah, okay. Aber ich habe, glaube ich, noch nichts, ne? Aua. Aua. Ah, okay, ich kann klettern. Schön. Okay, die Wolke macht nichts. Ah, ah. Aua. Das ist nicht so. Das ist nicht so. Das ist nicht so. Okay, das waren Tiere... Das war auch so. Das ist nicht so. Ah, okay. Ich bin da kein Freund von bisher. Hat das? Ja. Nice. Oh Gott, was? Aus welchem Spiel ist die Stage überhaupt? Ah, ich darf nicht springen, wenn die schießen. Was ist das Problem? Jetzt meint man Hund balancen müssen? Warte, den... Das Ding will ich haben. Kannst du bitte... Okay. Dann halt nicht. Okay. Das habe ich gerade auch komplett versaut, ne? Aha. Was auch immer das war. Das ist doch überhaupt nichts. Hier. Ich verstehe immer noch nicht genau, wie diese Wolken funktionieren. Ich weiß aber, unten geht es lang. Ah, darf ich vielleicht da hoch? Ach Gott, nee. Ich hatte fast 100 Ringe. Oh Gott, was? Ich verliere hier gerade mehr Leben als beliebt ist. Was ich auch dämlich finde, ist, dass das Spiel noch Leben benutzt. So, das hätte eigentlich schon vorhin klappen müssen, aber irgendwie nicht so. Mäh. Hätte ich nicht vermutet. Ey, das hasse ich ja an diesen Spielen, ne? Und irgendwo hatte ich da mehrere Optionen, deshalb hatte ich da mehrere Sternenringe oder wie. Hm. Stimmt, man hatte mehrere Pfade. So. B-Rang. Ach, Sky Sanctuary ist das. Ich weiß nicht, aus welchem Spiel die ist, aber okay. Also ich glaube, ich bin mit Mord und Sonic ein bisschen vertrauter. Wie funktionieren die Wolken mit Modern Sonic? Ich verstehe nicht genau, wie das mit den Tricks funktioniert, aber okay. Ich weiß nicht, wie es geht. So, wieder ein Ring. Gut. Kannst du vielleicht nicht an dem Geländer leiden? Und hier kann man sogar... Ah, hier kann man sogar auf die Rails eine Homing-Attack machen. Das hat mich schon Adventure 2 geschüttet, dass das da nicht ging. Das war nämlich ein Aspekt, in dem Sonic nur 6 besser war als Adventure. Dass man sowas sagt, ist eigentlich schon... aus dem Hier ist genauer. Das war's ca. Alsoan Spiele zdecyber geht. Oh Gott, was? Kannst du vielleicht mal nicht... Oh Mann. Eigentlich muss ich nur die Sprungtaste gedrückt halten, aber... Hm. Hm. So, hat das jetzt irgendwas gemacht, dass ich den Roboter zerstört habe? Der wollte ja offenbar fliehen. Sagen wir das doch ein bisschen früher. Na komm, wenigstens A. Nice. Thanks for the help, not that I needed it, but it's good to have my sanctuary back.